Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich versuchen Bossfight weiterzukommen. Also mein Ziel ist es auf jeden Fall in Saiyan 2 zu schaffen, aber ich weiß nicht wie es läuft. Einfach mal für Trick Remins, anfangs noch. Und auch mal hoffe, dass es so gut funktioniert. Da ist ja eigentlich schwer, wie es am Anfang ist. Einfach mal für Trick Remins, einfach mal für Trick Remins. Und das Geld ist auch gewässert. Man weiß nicht, wie viele laufen. Das ist doch perfekt. So viel Schaden gemacht, ist schon mal saugut. So, weiterhin drauf gehen. Etwa darf auf jeden Fall nicht sterben, weil Etwa ist der einzige, der Cubes hat. Sorry, sorry, sorry. Okay, das war's nicht. Sorry. Ich habe gerade ein bisschen was gespielt. Ich guck, ich hab's jetzt sehen, sehr gut. Okay, könnte ich das vielleicht sogar schaffen. Ich weiß nicht, ob ich das erst mal auf den Person stelle. Ich hab's noch mal dran, ich hab's noch nicht drauf. Jetzt kann ich das mal richtig gekriegen, so nicht mal. Es wird hier bisschen gekriegt. Ich mag nicht die gute Egypte, gut sieht sehr gut aus vielleicht auch nicht aber vorher rot wird zu töten abhauen das ist das problem kasselow Oh mein Gott. Wir haben es mal. Nice. Die erste Stufe ist geschafft. So. Jetzt möchte ich in Szenen 3 schaffen. Oh. Ich habe zwei Eckers. Ich kann es noch mal sehen, dass ich gerade ein Roboter richtig verspürt habe. Oh. 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 Ich glaube das Starke an Edgar hier ist halt, dass er sich immer wieder heilen kann, ein bisschen. Wenn er angreift. das kommt schon die erste stelle aber klar ich glaube wir werden weg muss man nicht mal eins meiner kettbewerbs nicht auch ganz gut wir schaffen es wieder vorher rot wird zu töten das ist natürlich das stärkste Oder halt während der Rhodes noch zu klüten. Es wird schon schwerer, ihm auszuweichen, aber das wäre ja noch zu viel einfach. Okay, das wird schon ab. Ich bin tot. Die Runde läuft gar nicht gut. Darum musste er sterben, der eine. Und warum läuft der jetzt weg? Muss einfach nur angreifen. Ich glaube, die Runde wird nichts. Das wird auf jeden Fall nichts mehr. Die Runde war schon verloren seit dem Moment. Als der Simna gestorben ist. Oha, schon wieder. Das fängt ja schon richtig gut an. Alter, warum? Können sie normal, Leute, sein? Nein, ich kenne mich. Nur Rundf. jetzt glaube ich schon dritt mal er hat ja auch nichts falsch gemacht, wie der andere hat. Da ist nicht falsch, genau. Wollte der Jam Carrier werden? Ja, ich will lernen. Ich will jetzt nicht lernen. Ja, jetzt sind wir nicht lernen. Woha jetzt nicht lernen. Okay wird echt nervig mit der Zeit. Alles ganz kalt. So, das ist ein WD. Aua. Hat er nicht mit Nullflug stammen können. Das sieht gar nicht gut aus, da gefällt die Runde gar nicht. Die Runde ist unmöglich. Ich bin wundert, wenn wir jetzt noch gewinnen würden. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Du kannst einfach nicht von einem roten Roboter abhauen. Man sieht ja eh, wie lebt der einfach noch? Das ist da nicht bei den Teams. Aua. Aber er kann das immer noch gewinnen, das ist das Interessante. Wir haben jetzt schon 15% den abgezogen, aber jetzt kommt noch Enraged. Das wird nicht so lustig. Aber wir haben es gleich. Oh mein Gott. Wir haben ihn ja gleich gekillt. Oh mein Gott, du bist so close. Nein! Oh mein Gott, wir haben ihn. Okay. Nächste Stufe. Fehler Edgar. Ich glaube, ich nehme ihn dann auch Edgar. Edgar scheint zum starker Baller hier zu sein. Das ist nicht der Jam Carrier. Ja. Also würde ich jetzt ein bisschen mehr halbieren. Puderай die Musik und dann doch drißen. Nächste Stufe. Es ist doch gut. Es war ja auch noch. Super. Es war ja auch. Es war ja auch! Es war ja auch wieder genau den Tag der Tür. Es war ja auch schon. Es war ja auch schon. außerdem ist alles verständlich oder selten sorry 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 Bling bling! Bling bling! Bling bling! Bling bling! Bling bling! Die können ja mit Clubs sterben. Also wirklich, ich meine, es ist jetzt nicht so, als wäre es um, als wäre es leicht, aber wenn man drei Clubs hat, kann man doch nicht so schnell sterben, oder? Und dann noch AFK sein, das gehe ich. Ich muss aber sehr mit vorne nehmen. Wenn er sich AFK stellt, bringt es das auch nicht so viel. Die Zone hat er verloren. Der Typ ist so AFK, das ist so eine Nervensäge. Wenn du nicht spielen kannst, spiel nicht. Ich kann nichts machen. Die ganze Zeit lauf ich nur weg. Und jetzt wundern, dass ich sterbe, oder was? Ich muss dich doch töten. Ich bin jetzt bei Edgar. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. ich sollte gescheite baller nehmen warum sollte man das catch me ja auf die Hälfte das ist aber gar kein Schadig das klingt ja irgendwie bei Shelly, Edgar ist nicht so stark das ist mega das ist noch keine Schadigte ich habe einen Schadigte von 10 nach dem Das ist noch nicht ab Also ich habe einen Schadigte von 10 Ich hab' den Lippen gespürt. Und da! Ich hab' den Schild mit den Schildern geblieben. Gar nichts Ich geh nicht vergraben, oder? Komm, kill dich Surge Ich weiß, das ist ein Nervensegel Warum ist das zu Ende? Wenn du dich jetzt nicht küsst, dann hasse ich dich so hart Ich bin wieder da Der Surge wollte sich immer noch nicht rumbringen, deswegen darf ich mit Aber das ist Guard-Mode los Wenn das überhaupt noch möglich ist Ich meine, warum nicht? Was ist das denn? Jetzt kommen doch schon die goldenen zu sein Machen wir jetzt den Guard-Mode Oh, das ist ein Teil der Oh, das ist ein Teil der wahrscheinlich Guard-Mode wählen. Also was passiert jetzt in der Guard-Mode ist? Ist er jetzt einfach noch 50 mal schneller? Sieht so aus, ja. No way. Also Guard-Mode ist echt übertrieben. Ich glaube, ich muss das machen. Let's go get it! Nein, nicht schon wieder der. Und die hatte ich doch grad schon. Okay, vorhin hat er Gutes dabei. Das heißt, vielleicht können wir es doch noch einmal ausprobieren. Mal ein bisschen öfter stehbe zu. Ich werde es nicht öfter sein. Ich werde es nicht öfter sein. Ich überhebe es! Ja, natürlich ist es nicht. Ich werde es nicht öfter sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin froh, dass diesmal immer jemand gestorben ist. Soll ich nicht überleben? Ja. Aber fun fact, dass wir es immer noch schlafen können. Also wenn er rot tut, sagt's ein Schlimmeres. Boah, ich hab so die Vorsache jetzt stark geworden. Ich hab's jetzt erst gesehen. Ich hab's jetzt schon Schaden, wenn's darum geht. Wie lange ist Edgar oder Surge nicht mehr sterben? Das ist immer noch total gut. Und durch diese Botswasseln. 30%, wie gesagt, 30% bei rot ist immer noch gut. Das müssen wir nicht aufgeben. Wenn man davon spricht. Aufgeben. Ja. Das war's eigentlich schon. Okay. Das war einfach nur Schmutz. Ich hab's jetzt wieder mit Surge. Ich möchte es in der nächsten Tüfer noch schaffen. Bitte jetzt nicht noch einmal dieser verdammte Surge. Geht doch. auch hier. Das läuft eh ganz gut. Ich bin ja zufrieden damit. Ich bin ja zufrieden damit. Ähm, Captain, kein Experte, aber du solltest dich heilen. Ja, jetzt kannst du aufhören, auf mich zu schlagen. Das ist ein Designbezug. Da würde ich jetzt nicht umdrehen. Ja, das ist ja noch ein 8 wieder. Wieso halt leider sich ausziehen eingenommen hat. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 3,12. Bitte, Captain, du kannst alles weg machen, aber stirbt jetzt nicht. Wenn du jetzt stirbst, haben wir automatisch verloren. 3,12. Leider. 30% in den Kampf. Könnte interessant sein. Ich gebe es auf. Irgendwann. Zwölfer. Jetzt ganz so blöd ist. Dann brauche ich es nicht mehr versuchen. Dann werde ich es für heute lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.